I'm driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah Pearl TV Well, I'm moving down that line Es ist bald Weihnachten. Ich freue mich. Und jedes Jahr wieder dasselbe. Ich habe doch bis kurz vor der Angst keine Geschenke. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es so, ich muss permanent in die Geschäfte. Ich muss schauen, ich muss mich informieren. Dann möchte ich genau das Passende haben. Egal ob für die Kinder oder für die Senioren. Es ist einfach so anstrengend. Egal, was Sie wollen. Wenn Sie sagen, ich will mich erst mal informieren. Sie sind hier goldrichtig, wenn es um Geschenke geht. Wenn Sie sagen, ich will mich ganz schnell entscheiden. Ich will vor der Adventszeit schon meine Geschenke zusammen haben. Sind Sie ja auch goldrichtig. Denn wir zeigen Ihnen jetzt Geschenke unter 30 Euro. Sie müssen dabei bleiben. Oder Lutz, wie sieht es bei dir aus? Ja, auf jeden Fall. Man wird inspiriert. Man kann auch gleich shoppen und hat gar nicht diesen Stress mit der Kälte und der Rennerei da draußen. Und dann ist am Ende sowieso gar nicht das da, was man eigentlich haben wollte. Deswegen würde ich sagen, wir starten, rufen wir unser Engelchen und schon geht es los. Ja, was heißt ein? Wir haben zwei. Wir übertreiben. Aber erst mal kommt unsere Mele und bringt uns die erste Überraschung. Oh, schön. Dankeschön. Das ist echt wie Weihnachten. Vor allem mit Weihnachtsengelchen. Ich packe schon mal aus. Ja, na ist klar. Lutz hat vorbereitet. Oh, schön. Das ist jetzt was für Jungs und alle, die noch Jungs geblieben sind. Also ich fühle mich da jetzt zum Beispiel vollständig angesprochen. Das ist nämlich jetzt ein Roboter, der sich fernsteuern lässt und der dabei auch noch reden kann, singen kann, tanzen kann und das Ganze hier über die entsprechende Fernsteuerung. Und Sie sehen gerade jetzt, dass unsere Sandra hier das Ganze jetzt hier hinten fernsteuert und das, obwohl sie das Produkt nicht kennt. Das heißt also, ich habe die Sendung zwar vorbereitet, ich habe mich hier mit Vertraut gemacht, aber Sie sehen, sofort kann sie jetzt loslegen. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt auch den Demo-Modus in diesem Video. Das ist eben das Tolle, dass man den entweder selbst steuern kann, dass man einen Demo-Modus starten kann, wo er einfach jetzt zum Beispiel tanzt und singt, aber der kann auch viel, viel mehr. Sie können auch einzelne Bewegungsschritte programmieren und das bis zu 30 Stück hintereinander. Also, dass man da so bestimmte Moves sich vorher überlegt und sagt, ach, und dann so und dann soll er die Drehung hier machen und dann die Pirotte noch da oder was auch immer. Und das lässt sich programmieren. Darüber hinaus, 13 bekannte Melodien und Kinderlieder spielt da. Ich kann sogar sagen, die Kids, die lernen gleich noch Englisch, weil ich kann mir hier auch 5 Fabeln vorlesen lassen und das alles in diesem super coolen Design. Also, wie gesagt, ich als Kid, als schon immer gewesen, quasi als Tech-Freak. Also, das ist eigentlich genau der Kindheitstraum, den ich immer hatte. Und jetzt hier endlich bei Toll TV ist er wahr geworden. Das ist so genial. Und wie schön das unterm Weihnachtsbaum aussah. Also, er liest Storys. Oh, schau das mal. Er liest echt, vor allem, du kannst auch Englisch lernen, gerade für die Kinder. Exakt. Sie haben hier fast noch ein Englisch-Lernprogramm dabei, denn wenn er auf Englisch vorliest, dann lernt das Kind ja automatisch. Das ist ja unglaublich. Bleibst du stehen? Hey, du kannst doch nicht meinen Storys. Ja, kann ich. Also, das wird einem riesen Spaß unterm Weihnachtsbaum. Am besten, Sie notieren sich gleich die NX 9660 und die 569. Der kostet hier aktuell nur 21,76 Euro. Wenn Sie den irgendwo im Internet oder wo kaufen wollen, eine unverbindliche Preisempfehlung von fast 40 Euro. Pass auf, da wird er schon wieder weg. Sie können natürlich gerne auch zwei holen. Aber, oder? Ja, das ist so süß. Oh, wie niedlich. Und, wenn die Kinder ein Hausjahr haben wollen. Beim Jahr. Sie wissen, wie es ist, wenn Kinder dann ein Haustier haben wollen. Jetzt mache ich hier mal auf Stopp. So, wenn Kinder ein Haustier haben wollen, dann versuchen Sie es doch erst mal mit einem Roboter. Auch auf diesen Roboter muss das Kind aufpassen. Bevor es dann irgendwie einen kleinen Hund oder eine Katze verhungern lässt, probiert es sich erst mal an so einem Roboter aus. Und dieser Roboter, der kann auch unterm Weihnachtsbaum sein. Und es ist kein Problem, wenn Sie in Urlaub fahren, machen Sie ihn halt aus. Außer Sie haben so einen Lutz neben sich sitzen, der andauernd rumspielt. Ja, das kann Ihnen natürlich drohen. Aber man kann selbstverständlich hier über die Fernbedienung auch die Lautstärke regulieren. Und dann, selbstverständlich geht das alles. Und ist noch ein Akku drin verbaut, der jetzt auch für bis zu 120 Minuten reicht. Auch das ist also wirklich Spielspaß pur. Und auf der Rückseite, da sehen wir dann auch gerade die kleine Micro-USB-Buchse zum Aufladen. Schau mal unter Weihnachtsbaum, wie schön. Und die Augen, wie die blinkern. Das ist so hübsch gemacht. Also wirklich, das ist ein unglaublich tolles Spielzeug. Die NX 9660569 für 21,76 Euro. Das ist ein unglaublich schönes Kinderspielzeug. Und nicht nur für die Kinder. Meistens ist es ja eher für die Väter. Das gebe ich ja zu. Aber die Mütter werden auch spielen. Das ist ein typisches Geschenk. Ach guck mal, das Kind, das braucht einen Roboter. Und dann, wer spielt am Ende dann mit Papa? Also vielleicht von daher gleich zwei, wie wir das hier auch gemacht haben. Weil dann spielt man einfach zu zweit. Das ist einfach schöner. Doppelter Spaß. Früher war es die Modelleisenbahn. Heute ist es der Roboter. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Soll ich unser Christkind noch mal holen? Ja, ich kann auch mal klingeln. Ja, machen wir es. Na klar. Männer müssen immer spielen. Ich muss klingeln üben. Weil ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach, dass das hier so ein schönes Klingeling wird. Du würdest ja nur Besuch von Diana haben. Natürlich, das stimmt. Wer würde es mir verdenken? Erwischt. Erwischt. So, jetzt gibt es was, das wirst du wahrscheinlich noch nicht kennen. War aber jetzt der Schlager schlechthin letztes Jahr. Unser hübschlauber Ball. Genau. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Und Sie sehen, einfach einschalten und schon geht der Spaß los. Weil da ist nämlich ein kleiner Sensor unten drin. Bleibst du mal her? Das geht immer raus. Da ist ein kleiner Sensor unten. Und der bleibt halt, okay, da ist Hand, Fuß, Kopf oder irgendwas. Also, ich lasse Sie jetzt noch mal hier vorne in Richtung Kamera fliegen. Ja, super. Und Sie sehen, der bleibt automatisch schweben. Und dementsprechend kann man dem natürlich sich jetzt auch so ein bisschen hier hin und her zuspielen. Und natürlich auch keinerlei Gefahr für die Kids oder für die Möbel. Sie sehen hier, wenn man da irgendwie mit irgendwas in Berührung kommt, stoppt der vollautomatisch. Das ist total das Partyspielzeug. Wenn Sie Silvesterbesuch haben, dann können Sie das anmachen und können Sie es gegenseitig auch zuwerfen. Ja, jetzt hast du wieder kaputt gemacht, oder? Das sind typisch Männer. Das ist einfach, ich habe das zum Beispiel auch immer in der Mittagspause gehabt, dass man da zum Beispiel einfach, wenn man schlechte Laune haben kann. Hier, dieser junge Mann zum Beispiel, das hätte ich sein können, einfach manchmal so, ah, man muss sich ablenken. Das ist also nicht nur was für kleine Kids, sondern wirklich auch für die Älteren, weil es einfach sofort den Mutwinkel nach oben zieht. Und Sie sehen ja auch hier, kann man auch mit mehreren Spielen, also das war das Highlight schlechthin letzten Jahres, jetzt bei uns hier in dieser Sendung für 9,41 Euro zum Sonderpreis. Das ist die Bestellnummer NX 93,43 für 9,41 Euro. Das ist ein Spielzeug auch für die Erwachsenen, ist im Sommer, im Winter. Haustiere, stell dir das mal vor. Ja! Hunde und Bälle und jetzt fliegende Bälle. Und Katzen auch, glaube ich, die werden auch Spaß haben. Schenken Sie doch Ihrem Haustier mal zu Weihnachten. Das muss man, glaube ich, unbedingt haben. Aber es geht weiter, komm, wir holen uns mal wieder hier Besuch. Wir sind ja schon hier bei unserem nächsten Produkt und das ist jetzt quasi das Pendant für dieses Jahr. Ah, danke schön. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, dieses Produkt, aber das ist für mich jetzt dasjenige, wo ich sagen würde, also das toppt es nochmal. Man hielt es letztes Jahr gar nicht für möglich. Ich schalte einmal ein hier und den wirfst du dann einfach mal hoch. Einfach so ein Stückchen, hopp. Kommt zurück. So, und hier sind nämlich jetzt auch in den Seitensensoren verbaut. Hier in den Seiten. Und deswegen kann ich dir den zum Beispiel einfach ein bisschen so rüberschieben. Oder die können sich auch hier mit sich selbst beschäftigen. Das sind ja so tolle Spielzeuge. Warte, du klickst noch ein. Ich habe genug mit dabei. So, also wie gesagt, das ist jetzt das Genialste überhaupt, oder? Es gibt fliegende Untertassen und Sie können die auch noch steuern. Schauen Sie sich das mal an. Ja, einfach hochwerfen. Selbst fliegen. Mit Licht. Der mag dich, du. Der mag dich. Ja, da komm mal wieder her. Komm mal wieder her. Der fliegt selber über alle Hindernisse. Das ist ja schön. Ja, also der hat Sensoren jetzt nicht nur unten, sondern auch in den Seiten. Und deswegen mein Tipp auch. Sie sehen ja hier, wie die miteinander interagieren. Gerade wenn man jetzt zwei oder drei gleichzeitig hat. Ich glaube, hier brauchst du auch zwei oder drei, oder? Ja, natürlich. Und vor allem, die kosten jetzt auch nur 28,40 Euro. Es ist die NX6922569. Sie haben da so eine bunte LED-Beleuchtung. Und der Akku, der reicht auch für sechs Minuten Flug. Das heißt, Sie können sie auch alleine lassen für ein paar Minuten. Die beschäftigen sich miteinander, haben Sie gesehen. Dieses schöne Blau passt total zu so einem Ufo. Das hat schon so diese leuchtende Farbe. 28,41 Euro müssen Sie haben. Ich würde da schon fast zwei automatisch mitbestellen, weil die sich ja auch miteinander beschäftigen. Ist auch was für Silvester. Brauchst du keine Deko. Genau, die Deko, die fliegt. Ja, oder so was vielleicht mal als kleine Überraschung an den Tannenbaum hängen. Und abwarten, wie lange es dauert, bis es jemand entdeckt oder so. Vorsicht, Oma kriegt einen Schreck. Also Oma wird da Spaß haben. Nein, meine Mama mag das ohne Ende. Wenn sie irgendwo lang geht, plötzlich bewegt sich etwas. Kinder lieben es. Das müssen sie haben. Und die zwei, die arbeiten ja auch miteinander. Wenn die in die Nähe kommen, dann trennen sie sich, fliegen wieder zusammen. 28,41 Euro. Ein riesiges Schnäppchen, gerade zur Weihnachtszeit. NX 69,22,569 müssen sie unbedingt haben. Wir haben aber noch viel mehr. Es ist unglaublich. Das geht hier Schlag auf Schlag. Wir wollen Ihnen auch nichts vorenthalten. Oh, ich weiß, was es ist. Ich weiß, ich weiß. Wissen Sie auch schon, was es ist? Wenn es so ein kleines Kästchen ist, ist schon, glaube ich, ein Indiz. Klein, aber fein. Jetzt kommt der Schmuck. Und da überlasse ich dir das Feld. Weil als Sandra die gesehen hat vorhin, hat sie gesagt, nee, echt jetzt bei uns? Nein, die muss ich ja sofort haben. Ja, ich habe die sofort in die Ohren reingemacht. Den Anhänger habe ich mir drum gemacht. Die sind so schön. Vor allem rodiniert. Die glänzen so richtig schön. Und diese 9 Millimeter Süßwasserperle. Das ist ein Traum. Und für unglaubliche 22,71 Euro. Da bitte gleich anrufen. NX 45 71 569. Anrufen 0 180 51 51. Dreimal die 2. Also was Schöneres können Sie sich, glaube ich, auch nicht vorstellen. Also man muss hier jetzt noch mal betonen, wir reden hier über das komplette Dreier-Set. Also bestehend aus den beiden Ohrsteckern und aus dem Anhänger für 22,71 Euro. Sie sehen es jetzt hier bei Sandra. Einmal links, einmal rechts, einmal ab in die Mitte. Also das ist ein Hammerpreis. 22,71 Euro für das Dreier-Set. Und edel. Kommt auch gleich verpackt. Sehr edel. Liebe Herren, wink mit dem Zaunfall. Sie müssen sich gar keine Gedanken mehr um die Verpackung machen. Einfach nur ein rotes Schleifchen drum. Und dann sind Sie schon versorgt für Weihnachten. Ja, und einfach dann gleich der Liebsten um den Hals hängen. Die Ohrringe kann Sie sich schnell reinmachen. Und dann sind Sie auch geschmückt fürs Weihnachtsfest. Also wirklich, das ist auch ein unglaublicher Preis. Für alle drei 22,71 Euro. Also sofort bestellen unter der NX4571 569. Ja, also nochmal. Das ist hier 9,25er Sterling Silber. Das ist rodiniert. Alle drei kommen jetzt für 22,71 Euro in der Geschenkverpackung zu Ihnen. Also das ist, finde ich, ein Megapreis. Und ich habe mir ja sagen lassen, ich bin jetzt kein Schmuckexperte, aber von unseren Mädels, Perlenlots, haben die zu mir gesagt. Perlen gehen immer, egal in welchem Alter, egal ob für junge Mädels, egal ob für die Damen im goldenen Zeitalter. Das ist etwas Zeitloses. Das kann man wirklich jedem, jederzeit immer schenken. Übrigens auch kleiner Tipp von mir. Kommt ja auch noch jetzt Nikolaus. Vielleicht ja da schon bei dem Preis kann man sich das ja auch zu Nikolaus mal leisten, finde ich. Also Sterling Silber, 5, äh, 925er, rutiniert. Dann noch die 9 mm Süßwasserperle inklusive Geschenkbox. Da haben Sie ganz schnell ein super Geschenk. Egal ob zum Nikolaustag oder zur Weihnachtszeit. für nur 22,71 Euro. Jetzt bitte sofort. Wir haben aber noch was. Also ich merke nur gerade so, rotes Hemd und weißer Bart und jetzt auch noch mit der Glocke. Also das ist ja hier schon, wegen mit dem Soundfall merke ich gerade. Aber okay, das ist noch eine kleine Box. Auch eine kleine Box. Das ist quasi Schmuck für den Herren. Nein, keine Armbanduhr. Diesmal nicht. Nein, diesmal ist es Elektronik für den Herren. Weil, ich gehe mal davon aus, Sie gucken uns wahrscheinlich von einem schönen Fernseher aus gerade zu. So ein Flachbildfernseher vermute ich. So, wenn der jetzt aber vielleicht nicht allerneuesten Datums ist, werden Sie vielleicht schon gemerkt haben, dass es heute sogenannte Smart TVs gibt. Also kann man wie auf dem Handy quasi Apps runterladen. Für YouTube, für Streaming-Dienste. Ich nenne keine Namen. So, jetzt brauchen Sie aber nicht deswegen extra einen neuen Fernseher kaufen, sondern hier unseren WLAN-Stick, ganz einfach, für 21,76 Euro. Der hier, der kommt in den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers. Und auf der anderen Seite, da haben wir hier unsere WLAN-Antenne. Und mit der verbinden Sie das Ganze jetzt mit Ihrem Heimnetzwerk, mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Und damit rüsten Sie Ihren Fernseher nach, sodass Sie quasi alles, was in Ihrem Heimnetzwerk an Geräten vorhanden ist, als Streaming-Gerät nutzen können. Also zum Beispiel, Sie haben YouTube auf Ihrem Smartphone. Und das schicken Sie jetzt einfach drahtlos an Ihren Fernseher. Und das, was Sie auf Ihrem Smartphone sehen, passiert auf Ihrem Fernseher. Das kann ein Spiel sein, das können YouTube-Videos sein, das können Ihre Urlaubs-Videos oder Fotos sein. Das kann irgendeine andere App sein, beispielsweise Streaming-Dienste, Netflix, Amazon und wie sie alle heißen. Und das Ganze, wie gesagt, ist denkbar einfach installiert. Einfach ab, hier sehen wir die Rückseite eines klassischen Fernsehers, ab in einen HDMI-Eingang und dann, wie gesagt, einmalig verbinden mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk. Und dann schicken Sie alles vom Computer, vom Notebook, von welchem Gerät auch immer in Ihrem Heimnetzwerk auf Ihren großen Bildschirm. Und das finde ich sensationell. Gerade für Zocker natürlich, für Kids. Ja, aber wie gesagt, YouTube-Videos. Es gibt so tolle Inhalte da. Es gibt so tolle Streaming-Dienste. Warum einen neuen Fernseher kaufen für 400 Euro, wenn ich es für 21,76 Euro nachrüsten kann? Absolute Schnäppchen. 21,76 Euro statt ein neuer Fernseher unter der PX2434, 5, 6 und die neuen. Und was noch spannend ist, das funktioniert auch mit dem Beamer. Wir machen das Weihnachten nämlich immer so, dass wir uns in der Familie zusammen, setzen uns hin und schauen über dem Beamer auf der großen Leinwand einen Film. Smartphone ist auch eine schöne Geschichte, aber für Weihnachten in der Familie ist große Leinwand toll. Und hier braucht man jetzt den Beamer nicht mehr mit irgendwelchen Computern verbinden. Du brauchst da auch nur einen Stick reinstecken, oder? Richtig, genau. Also heutzutage haben ja auch die Beamer einen HDMI-Eingang. Also 99,9%. Das heißt, das Prinzip ist exakt das Gleiche. Alles, was Sie da drüber schicken, über diese Verbindung, kommt am HDMI-Eingang ein. Und Sie strahlen das aus. Egal, ob es jetzt der Beamer ist, egal, ob es der Fernseher ist, irgendein zweiter Computermonitor oder was es auch sei. Sie haben einfach die Möglichkeit, jetzt hier innerhalb Ihres Heimnetzwerks ganz einfach, komfortabel und drahtlos multimediale Inhalte zu versenden, zu verschicken. Klassischerweise wie das Smartphone auf großem Bildschirm. Geniale Idee. Das ist eine super Sache und nicht nur zur Weihnachtszeit. Diana ist ja auch total begeistert davon, hat sich ja sofort einen geholt. Ich bin ja auch froh, dass es jetzt vor Weihnachten da ist, weil viele in der Familie zusammensitzen zur Weihnachtszeit. Und dann eine große Leinwand. Das ist doch das Ereignis. Oder für die Kinder. Schöner kriegen Sie keine Ruhe rein. Wenn die Erwachsenen und die Kinder zusammen feiern, sie einfach nur vor den Fernseher setzen, das ist auch nicht die Lösung. Aber eine große Leinwand mit dem Beamer. Und dann können Sie Ihre Kinder beschäftigen. Sie haben ein Kinoerlebnis. Sie können entweder mitschauen oder gemütlich Ihre Weihnachtsgeschenke auspacken, wenn die Kinder beschäftigt sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. 21,76 Euro. Hier der WLAN-HDMI-Stick. PX 24, 34, 5, 6 und die 9. Am besten Sie rufen gleich an unter 0,180, 51, 51 und 3 mal die 2. So, was haben wir denn? Mensch, jetzt, wir haben ja noch mehr. Das war jetzt alles, ne? Wir haben noch mehr, aber jetzt für diese Sendung zumindest war es das erst mal momentan. Wir haben echt jeden. Das war auch schon eine große Auswahl, oder? Für die ganz Kleinen, für die Kids, für die Damen, für die Herren. Für die Herren ist es meistens dieses Spielzeug, der HDMI-Stick, für die Damen der Schmuck. Also wirklich jeder ist bei uns zufrieden. Also ich finde den HDMI-Stick natürlich den absoluten Knüller, weil du ihn überall benutzen kannst. Du siehst es ja hier wieder mit dem Fernseher. Du kaufst dir jetzt nicht für ein paar hundert Euro einen Fernseher und suchst dann, okay, ist der streamingfähig oder nicht, sondern du nimmst deinen Fernseher, den du hast. Es gibt so viele Menschen, ich höre das fast täglich, irgendwo man sitzt in der Bahn oder sowas und dann reden die Leute und sagen, boah, das war ja gestern wieder nichts, ist gelaufen in der Glotze. 50 Programme und alle senden Mist. Ja, greifen Sie doch mal auf Alternativen zu. Also ich habe da zum Beispiel einen Streaming-Dienst für ein paar Euro im Monat. So, oder ganz kostenlos alles, was auf YouTube ist, schauen Sie sich das mal an. Oder wie gesagt, die eigenen Urlaubs-Videos mal auf dem großen Bildschirm anschauen, statt auf dem kleinen. Oder mal ein bisschen zocken, verbindet auch die Generation. Natürlich. Also das ist einfach, ultimativ kann jeder genau. Und ein Tipp noch, holen Sie sich am besten zwei, wenn Sie einen Beamer zu Hause haben. Einer für den Beamer, einer für den Fernseher. Ja, also für nur 21,76 können Sie gar nichts falsch machen. Das ist eine super Idee. Also schöne Weihnachten für Männer und Frauen.